Oh, Sumina! Hier ist wieder ein Niddlefreak. Äh, wir haben ihn immer noch nicht down. Naja, nicht K.O. Down schon. Und das oft genug, muss ich mal eben so dazu sagen. Ja, ja, jetzt geht's wieder los. Möp, möp, möp. Ja, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht toll. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen, ja. Das ist keine dumme Ausrede, es ist wirklich so. Oh, ich muss wirklich erst in dieses Spiel... Erst nachdem ich dieses Spiel 10 Minuten gespielt habe, kriege ich es wieder hin. Seht ihr? Crunch, Bogus! Oh! Okay, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon verwende, den Stern... Ich hätte schon wieder fast Sternenpunch gesagt. Upsa. Und, ah, das war noch getroffen, ich sag schon so, verdammt, das kräfte ich nicht mehr. Okay. Noch geht er. Natürlich. Natürlich. Das war eine lange Nacht. Das ist mir sowas von egal. Ich komm aus Hollywood, deswegen bin ich gleichzeitig ein... angeben. Mark... Oh! Ich bin zu blöd, um ihm nochmal diesen letzten Schlag zu verpacken. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich irgendwie zu doof. Ich seh' aus wie... 66. Scheiße. Mit 66 Leben. Mit 66 Leben, da fängt das Jahren an. Das war falsch. Nein, ich kriegte dich noch down. Ja, vier Sekunden noch und ich hab dich down gekriegt. Das ist eigentlich nichts nützlich, weil es sich... Oh nein, hätte ich es gelassen. Oh, jetzt lädt er sich wieder auf. Ich muss strategisch vorgehen. Oh, Mann. Der Blick von Mech. Ja, ja. Du bist so toll. Ich weiß, ich will jetzt heute die Speedrun-Version, aber das ist mir wurscht. It's shush time. Bogus. Okay, bam, 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 bam. Mark. Eigentlich... Der letzte wird immer, immer, immer etwas... Immer, immer, immer etwas... Riskant. Was wollte ich sagen? Ja, ich bin eigentlich froh, dass wir uns noch mit Super-Macho-Man aufhalten, weil... Danach kommt ein Gegner, für den ich... Ich hab Angst vor dem... Ich brauch für den doch gern mal 10 Parts. Ich hab Angst vor ihm, ja. Den Final-Boss würde ich jetzt mal sagen, weil er ist World Champion. Aber er ist natürlich dann im zweiten, in World Defense, ist er dann auf jeden Fall schwer. Seiße. Seiße. Wieso kann ich momentan kein SD haben, ja. Ein Sternenpanz. Seiße. Gib mir mal die Serie. Das ist wieder nichts. Weiß ich jetzt schon. Ich will den Satz beenden. Darf man überhaupt Schmuck beim Boxen tragen? Jetzt hat er mich down. Immer der Letzte. Steh dein. So, dass meine Frisur zerstört. Jetzt musst du sterben. Okay, steh auf. Steh auf, sage... Ich sag, steh auf, wenn er gerade steht. Ich mein, ich muss ja kein TKO machen, aber ich will wenigstens... Wenigstens, äh, dass er liegen bleibt. Nein. Nein. Was zur Hölle. Steh auf dem Heck, kommt schon. Ja, hau die Wii-Family, du gegen den Oberschenken hast auch recht. Oh Mann. Ich, ich... Rückkampf, Rückkampf, Rückkampf. Speedrun-Version. Ich mach den jetzt kippelt. Ich kriege jetzt nicht immer so auf die Fresse. Glönt. Ich, ich, ich. Ich bin jetzt Akro. Grunt. Ach, dein... Oh Mann. Das ist unnötig. Der Gegner ist nicht schwer. DeFoto. Du bist nicht schwer. Warum hab ich so Probleme mit dir? Wieso hab ich so viele Probleme mit dir? Warum gibt dieser letzte Schlag keinen Sternenpunch? Wenn die Kombo vorbei ist und ich ihn noch einmal in den Bauch schlag. Das sollte einen Sternenpunch geben. 1, 2, 3, come on, come on, fight! Fuck. Der da, der sollte einen Sternenpunch geben. Im World Defense gibt dem einen... Kannst du den wirklich so gut... Scheiße. Fuck. Fuck. Dude! Das erinnert mich an Nintendo Capri's, ja. Man! Dude! Ich hasse es. Kap! Bam! So, jetzt lädt er sich wieder auf und in diesen nächsten 40 Sekunden muss ich ihn windeweich prügeln. Damit ich eine größere Chance auf einen TKO in der zweiten Runde habe. Sofern ich das überlebe. Bogus. Super Macho-Man steht auf seine... Ja, verprüfen wir ihn nur mit links. Ich hasse diese Attacke. Ich hasse es. Die bringt mich immer total raus. Upsa, ich wollte... Was war das denn? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Kabam! Ist mir jetzt wurscht. Ich hab dich aufgeladen. Dafür ist eine Pause da. Okay, beim Champion werde ich es oft verwenden. Das in der Runde... Ey, nicht immer in der Runde aufladen. Das geht einmal. Nur einmal im gesamten Kampf. Ich hab mich getockt, ey. Ich hasse diese Attacke. Meg lade ich auf. Mit deinen gestreiften Unterhosen. Da sind ja keine Unterhosen. Macht schon mehr. Er hat keinen Peel. Denen. La, der hat den Haar. Meg hat eine... Nee, nicht eine. Keine Ahnung. Ich hab mich getockt. Ich hab mich... Ich hab mich... Ich steh auf. Oh Mann, ey. Ich hab keinen Bock, der bringt mich dann immer so raus. Total unnötig. Ich druck mich jetzt mal früher. Haha. So gehört sich das. Kabern. Nee. Ich hasse das. Ich hasse das. Das könnte auch für mich ein TKO werden. Bleib liegen. Ja. Oh, du Mistkerl. Ja, du dich mal. Ich sag euch, das ist dieser letzte Schlag. Der macht viel aus. Auf der Dauer wirkt der nämlich gut. Super macho man. So gehört sich das. Und jetzt kriegst du ihn in die Fresse. Ich werd irre. Ich werd irre. Ich hab ihn. 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 Kabam. Ich will die Geldscheine aufheben. Die Geldscheine fallen einfach durch den Boden durch. Oh Mann, endlich. You can always take a look with. You can always take a woman. You can always take a whopper. You can always take a wood. Ich weiß nicht, was er sagt. Was sagt in unsere Zeit? Ach. Hat keinen Sinn mehr. Oh nein. Oh nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Guckt ihn euch an. Das ist ein Schrank. Stellt. Bitte. Damit ihr jetzt wisst, wie ich mich fühle. Steht jetzt mal auf. Pausiert dieses Video. Stellt euch vor euren Kleiderschrank. Und prügelt auf den Kleiderschrank ein. Was wird passieren? Nichts. Genau so ist es mit ihm. Das ist einfach Selbstmord. Das ist bekannt dafür, dass er sich schlafen legt. Hey. Hey. You. 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 31 Jahre. 4.114. Oh Mann, ey. Wir sind zum nächsten Part. Johnny.